Mein Name ist Christine Huber-Wegmann und ich grüße dich herzlich aus Zürich. Ich freue mich hier, meine Arbeit mit Reconnecting Art vorzustellen. Reconnecting Art, also rückverbindende Kunst. Rückverbindend zur Quelle, die uns allen gemeinsam ist und für dich individuell die Beleuchtung der Einzigartigkeit deines Seelenweges. Vor zwölf Jahren habe ich in diesem Zusammenhang eine klare Absicht gesetzt in meinem Leben und so wurde Stück für Stück davon mir gezeigt, hat sich manifestiert und ich durfte viel daraus lernen und mein Bewusstsein enorm erweitern. Vor fünf Jahren dann wurde ich mit einem tiefen Erlebnis in meinem Atelier beschenkt. Seither male ich Augen, die schwarze Pupille und drumherum die farbige Iris. Die schwarze Pupille repräsentiert die gemeinsame Quelle und die Iris das Leben des einzelnen Menschen. Das alles kannst du bei mir in Workshops erlernen, vertiefen und dann gleich im privaten wie auch im Businessbereich integrieren. Ich gehe sehr gerne am 12. November vertief auf all die Themen ein. Aus dem Bewusstsein des Bereichs der schwarzen Pupille, aus diesem Bewusstsein heraus erweitern und verschönern, bereichern sich die Kontakte zu sich selber wie auch zu anderen Menschen. Es ist immer wieder ein enorm schönes Erlebnis. Ich lerne viel davon. Das nenne ich Connecting Art, also verbindende Kunst. Ja, ich freue mich, wenn ich dich sehe am 12. November um 19 Uhr. Ich hoffe, ich habe dich ein bisschen gekitzelt und deine Neugierde geweckt. Also, bis dann, herzliche Grüße, Christine. Vielen Dank.